So, Heldenliga geht weiter, die Sonntagsfolge nach dem, äh, ja, äh, Kindergartenanfall aus der letzten Folge, wofür ich mich schon wieder hasse bis zum Gehtnichtmehr, aber menschliche Gefühle, unkontrollierbar, hm. Okay, ähm, Pfalzert ist bald Stufe 13, aber ich werde ihn jetzt nicht spielen, äh, wasch mir, was spiele ich denn stattdessen? Ich glaube, ich spiele Baller, oder Sagara, Sagara zum letzten Mal, bevor der Redesign kommt. Ach, ich muss mal bangen, ach du Scheiße. Gut, das wird schon wieder die Arme, weil ich füge die Füße. Ich höre den Ruf. Nichts hält den Schwarm auf. Oh man, all time reason. Ich bin bereit. Haben die Morales? Nein, okay, dann, äh, war nicht Morales. Obwohl Tasa da hier nicht ganz gut ist. Oh man, nur für Rage zu spielen. Ich bin mal wieder Lilly. Ich hab jetzt nicht ganz verstanden, was los ist. Was? Was hat denn der Jaco getan? Ich glaube, da werden wir es wohl eher umgedreht machen. Also, Mister Night, äh, er hat ein Pre-Pick gemacht, ne? Also, und wir haben jetzt unseren Tank und Tier, was willst du? Also, ich weiß jetzt nicht, was das Team so ein Problem ist. Naja, nettes Spiel hier. Kann jederzeit losgehen. Ich werde Agro-Lily wieder spielen. Mit ATC. Ähm, äh, ATC, Jaina, das kann man gut bekommen. Ja, das kann man sagen. Haben die irgendwas um das, ja, Mighty Gust, hä? Also. Naja, gucken wir mal, wie es läuft. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Dann ist uns der Sieg sicher. Ihr habt mich, dann können wir nicht verlieren. Warum ist ein Jaina so klein? Wala und Falzer war glaube ich gar nicht so schlecht, um mit ulliger zu spielen. Die Abknütze der 10 Sekunden ist schon ziemlich müß mit hoch. Die Abknütze der 10 Sekunden ist schon sehr müß. Das ist nicht so gut. Die Abknütze der 10 Sekunden sind schon sehr müß. Ah, komm. Ah, beländisch. Ich zieh was zurück. Ich geh auch wieder zurück. Oh, was ist denn das da drüben? Ja, im Hintergrund heute übrigens wieder, ich nehme mir hier gerade vor, ja, ich nehme eigentlich bei der Lufthansa gerade auf, was ihr nicht wisst. Ich stehe hier gerade vor dem Triebwerk von dem Flugzeug und nehme auf. Ähm, von daher, falls ihr euch wundert, warum es so laut ist, das ist auf gar keinen Fall mein PC, denn es ist hier, hier steht ein Flugzeug und, äh, willst du irgendwas, hast du irgendein Problem, lieber Diablo. What's going on? Ah, lück mich. Den sollten wir ja muten, äh, genau. Ähm, halt bei jedem Angriff. Und warum gehen wir da jetzt in die Mitte? Ja, ein lobenes Unterfang. Pell nimmt mich zu den seltsamsten Orten hin mit. Ich weiß nicht einmal, wo wir jetzt gerade sind. Ich mach die mal da oben. Können wir nicht verhindern, müssen wir pellen lassen. Klar. Sieht so aus, als ob euer Pfeil bezahlt hätte. Feuer frei, ihr Nichtsnutzer. Worauf passet ihr denn, euer Pfeil? Ach, ich liebe Abenteuer. Was geht denn da? Feuer einstecken! Ich liebe auch Abenteuer, Lili. Gerade mit dir. Es ist so schön. Hallo, Jaina. Oh. oh mag er für uns nicht helfen Aber der Ray hat glaube ich gerade alles über Kank gemacht. Ich hab's kapiert. Klingt nach Spaß. Oh, oh, kann man mal bitte fählen? Wäre das möglich? Peace. Keine Angst. Seht mal, ein Blümchen. Weiter so. Klingt nach Spaß. Wir sind dran, Jungs! Haha! Jetzt was lebt mit dieser Buh! Oh, yeah! Das ist großartig! Das geht großartig! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Go, 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 go! Tch! Haha, schade! вижу! Vielen Dank. I mean, nix nicht da! Oh. Duudo, erst mal! Ich bin probiert! Für jedes Pflaster spendiere ich einen Sorrow! Na Fido! Ja, wir geben einen Coin ab. Super. Ich hoffe, ihr habt Lust auf eine Schätze, Kameraden! Klar! Wupi! Wupi! Seht mal! Ein Glühmchen! Ich glaube, ihr habt gerade ein Vorverloren! Ja, okay. Zwei Minuten, okay. War ja gerade vor kurzem gemacht. Hätte ich eigentlich auch alleine machen können, lieber ATC. Hm? Das war spitzenmäßig! Wartet nicht auf mich! Feiert ihr Strohköpfe! Das ist halt auch richtig gut, ne? Ein Taster da unten eine Lilly zu haben, eventuell mit der Wolkenschlange. Das ist halt auch richtig gut, ne? Oh Gott! Mighty Gas ist draußen! Komm, du kannst da reinjumpen! Los! Oh, Mann! Du bist der Rockstar hier! Feuer frei! Du bist der Rockstar hier! Du bist der Rockstar hier! Hey! Abgeworfen! So muss das! Feuer wieder! Mit der Art von Sanitäterkrabinern! Der ist echt noch weggekommen. Was gibt's denn? Hach! Ich danke! Ich danke! Ich danke euch auf den Leid! Das kam genau zur Licht- und Zeichnung! Suki! Ich glaube, sie hat genug! Hahaha! Hiiiih! Das war blöd. Fünf Sekunden. Oh, das war knapp. Tja, ähm, verschwindet mich von hier. Tja, ähm, verschwindet mich von hierher. Was macht der denn da für ne doofe Aktion? What the fuck, ey? Nein, Mitte! Go, go, Mitte! Ich bin dringend ein Faustboot. Ja, jetzt hat mich Jaina dann doch eingeschritten. Aber bei den anderen bin ich noch dabei. Jetzt nicht mal allzu aggressiv gespielt. Gerade am Anfang sehr, sehr aggressiv. Jetzt nicht mehr so viel, weil ich mich eher aufs Hallen konzentriert habe. Aber man kann ja eigentlich auch beides machen. Heid und Charm machen. Okay, die haben es verkackt. Das wird großartig. Läuft! Läuft! Was ist das Saufen aus dem Coop? Wir sollten pellen Pellen Was ist so pellen Klingt nach Spaß Wir haben alle gezahlt Ach, wen kümmert's? Jetzt geht der Spaß los Ah, Heilungstechnisch ein bisschen Formal Furion, aber auch echt nicht die Welt. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Lauf doch! Warum kann ich denn nicht laufen? Oh, fuck. Nice. Help him. Er kommt von der anderen Seite sehr schön. Los, komm, kill ihn. Jawohl, nice one. Schön gemacht von der Reihe. Fuck, jetzt bin ich denn doch einmal gestorben. Ah, wir können das Spiel gewinnen. Wir können das Spiel gewinnen. Oh, nein. Wie kann er nicht Korgel? Oh, lass uns irritieren. Zitatelle angreifen. Ich bin geheim. Den habe ich grün und blau geschlagen. Besten Dank. Jawoll. Ein Lübchen. Läuft. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, sagen wir mal so, wir hatten ja eigentlich ganz gut im Kopf. Das hat eigentlich gepasst. Nein, das ist nicht mein PC. Das ist gerade ein Motorrad, was hier gerade am Flugzeughangher vorbeifliegt. Das ändert sich hoffentlich demnächst, denn ich habe tatsächlich endlich es mal geschafft, meinen PC zu bestellen. Der sollte nächste Woche da sein. Und dann wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann in der Woche noch passiert. Ich werde mir Mühe geben. Aber ich muss die Daten noch alle auf meinem neuen Rechner übertragen. Und pipapo, das wird ein bisschen dauern, weil ich so unglaublich viel Scheiß auf meiner Festplatte rumliegen habe. Aber ich könnte natürlich die Festplatte auch einfach rausnehmen und in meinen neuen Rechner einbauen. Aber nein. Ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, so aggressiv wie möglich zu spielen. Das hat im Early-Game ganz gut funktioniert. Und im Mid- und Late-Game habe ich leider darauf verzichtet. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil es auch so funktioniert hat. Aber naja. Da ginge noch beim nächsten Mal mehr. Na gut, das war's. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.